Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass du wieder eingeschalten hast. Du hast jetzt den Titel vom Video gelesen und fragst dich jetzt wahrscheinlich, ist das jetzt dein Ernst oder ist das jetzt nur so ein Titel oder ein Video, um haufenweise Klicks abzufangen? Denn es ist doch ein wenig außergewöhnlich, dass man eine Person für einen Tag gewinnen kann. Aber das ist wirklich mein Ernst. Du kannst mich für einen Tag, also für einen Bikeparkbesuch gewinnen. Ich bezahle deine Tagesliftkarte und wir haben einfach gemeinsam einen richtig, richtig geilen Tag in einem Bikepark deiner Wahl. Und du kannst nicht nur mich gewinnen, du kannst auch noch einen Hoodie gewinnen. Aus der GM Designs Kollektion der Weinrote Just White Hoodie. Das ist mein Lieblings Hoodie und deswegen kannst du den extra noch gewinnen. Also nicht diesen Hoodie, das ist meiner, den behalte ich. Du kannst dir dann einen raussuchen in deiner Größe und dann wird dir extra noch zugeschickt. Aber jetzt die Frage, wie kann man denn an der ganzen Aktion teilnehmen? Und das ist echt übelst einfach und das funktioniert genau so. Viele von euch kennen mit Sicherheit das Gravity Magazine. Und auf der Gravity Magazine Homepage gibt es im Dezember, also diesen Monat, eine richtig geile Aktion. Ihr kennt ja den Standard-Weihnachtskälter, den jeder zu Hause hat. Man öffnet jeden Tag ein Türchen, hat ein kleines Geschenk drin oder was zu essen oder, oder, oder. Beim Gravity Magazine kann man auch jeden Tag ein Türchen öffnen. Doch da ist keine Schokolade drin, da sind richtig geile Bike-Sachen drin versteckt. Man kann so viele geile Sachen gewinnen und am heutigen Tag, am 19.12.2016, wird unser Türchen geöffnet. Das ist so geil und ihr könnt, wie gesagt, mich gewinnen plus diesen geilen Hoodie in deiner Wunschgröße. Und das ist so simpel, ihr könnt daran teilnehmen, ihr müsst nur auf die gravitymagazine.de-Seite gehen. Ich werde auch alles in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr auch Bescheid wisst und nicht auf einer anderen Seite rumstöbert. Dann geht ihr auf das Fenster, heutiges Türchen öffnen, 19.12. Und da ist alles beschrieben, wie das Ganze abläuft, was man gewinnen kann. Und ihr müsst eine Frage beantworten. Und die Frage ist, wie ist der Slogan vom Green Mammoth Designs Label? Also von meinem Label, da gibt es einen Slogan, den sollt ihr eigentlich kennen, wenn ihr ein bisschen mit mir zu tun habt. Ist auch auf der Green Mammoth Designs Seite überall verlinkt. Also ihr seht überall den Slogan. Es sollte wirklich nicht schwer sein, den Slogan rauszufinden. Dann steht dann beim Gravity Magazine in der ganzen Beschreibung, steht unten dann eine E-Mail-Adresse. Und dort schickt ihr dann eure Antwort hin. Und mit ein wenig Glück könnt ihr dann mich plus diesen Hoodie gewinnen. Also ich habe echt mega Bock drauf und bin auch wirklich mal gespannt, welchen verrückten Typen ich am Ende dann glücklich machen kann. Ich bin echt, echt gespannt und hoffe, dass ich das Ganze nicht bereue. Aber ich glaube, ihr seid so cool. Ihr seid alles so eine dufte Truppe. Und da wird schon einer dabei sein, mit dem man einen richtig geilen Bikeparktag verbringen kann. Gut, das soll es eigentlich gewesen sein, das kleine Infovideo. Geht auf die Gravity Magazine Seite, öffnet das heutige Türchen, der 19. Ich sage immer wieder 19. Weil das ist wirklich wichtig. Das Ganze geht nur heute. Wenn ihr zum Beispiel morgen am 20. das Türchen öffnet, dann kommt ihr zu jemand anders, aber nicht mehr zu mir. Also könnt jeden Tag was gewinnen. Aber nur heute könnt ihr mich plus diesen Hoodie gewinnen. Gut, Freunde. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich drauf. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr bei der ganzen Sache mitmacht. Also wirklich mal in die Kommentare schreiben. Hier, ich habe mitgemacht und will gewinnen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wer am Ende gewonnen hat. Es kommt natürlich auch ein Video darüber, dann wenn der Bikeparkbesuch gemacht wurde. Und ich habe echt mega, mega Bock auf die ganze Sache. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass ich mich für einen Tag verlose oder verschenke oder was auch immer. Ist auf jeden Fall mal eine krasse Aktion, die ich persönlich so vorher noch nie mitbekommen habe, dass das mal einer gemacht hat, der sich selbst verschenkt, verlost hat. Aber ich habe Bock auf die ganze Sache. Ich möchte euch damit Danke sagen, denn nur durch euch als Community macht die ganze Geschichte YouTube erst so richtig Spaß. Das soll es aber jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen richtig geilen Tag. Schaut in die Videobeschreibung, da ist alles Wichtige verlinkt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles klar Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.